Für Robert Habeck geht es bergab, genauso wie für seine Grünen und für die AfD geht es bergauf. In luftige Höhen, wo sie noch nie gewesen ist, die Demoskopie misst sie bei 17 bis 18 Prozent. Und es wäre verfehlt, das alleine auf eine Zunahme der rechtsradikalen Gesinnung in Deutschland zu schieben, das wäre unredlich. Und genauso unredlich ist es, wenn Linke versuchen, den Eindruck zu verbreiten, als ob eine rechte Sprache oder eine konservative Sprache als sozusagen kulturelle Aneignung der AfD dafür verantwortlich wäre. Verantwortlich ist vor allen Dingen die Politik der Ampelregierung, ich komme gleich darauf. Aber auch die Union macht es sich viel zu einfach, wenn sie jetzt sagt, die Ampel alleine ist schuld. Denn Tatsache ist auch, die Beliebtheitswerte von Friedrich Merz als CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzender, die sind nur unwesentlich über den abgestürzten Beliebtheitswerten von Robert Habeck, von den Grünen. Und die Union, die liegt zwar stabil irgendwo bei 28, 29 Prozent, aber angesichts der Schwäche und des Chaos beim Regieren der Ampel hätte man erwarten können, dass die Union viel stärker abschneidet. Und so muss man einfach konstatieren, dass es sozusagen in dem gesellschaftlichen Bereich, der sich selber als konservativ definiert, einfach eine große Repräsentationslücke gibt. Die Leute sehen sich konfrontiert mit großen gesellschaftlichen Unsicherheiten, mit einem gigantischen Veränderungswillen, der vor allen Dingen vor den Grünen getrieben wird. Und niemand hat so wirklich ein Gegenmodell parat. Und diese Faktoren lassen die AfD eben außerordentlich stark werden. Und stark werden lässt sie auch, dass ihr wahrgenommenes Schmuddelpotenzial viel geringer ist als früher. Und das ist ein Wandel, der die etablierten Parteien auch sehr nervös machen sollte. Und es stellt sich ja nicht nur die Frage, warum erreicht die Union nicht jene zwei Drittel von Wahlberechtigten, die bei Umfragen sagen, sie wählten die AfD aus Protest gegen die Politik der Ampel. Nicht nur die Union erreicht sie nicht, die FDP profitiert auch nicht und die SPD schon gar nicht. Und das ist ein Alarmzeichen. Im Einzelnen, wo leistet sich die Ampel eigentlich die Probleme, in die die AfD bequem reingreitscht? Das Erste ist das politische Handwerk. Es gibt Gesetzentwürfe wie zum Heizungsthema, das Gebäudeenergiegesetz, die einfach so schlecht gemacht sind, dass sie jetzt Robert Habeck als Minister selber korrigieren muss, ein Anerkenntnis im Grunde genommen der eigenen Fehlleistungen. Zu den handwerklichen Fehlern gehört aber auch, dass Annalena Baerbock als grüne Außenministerin Afghanen massenweise aus diesem Land einfliegen lässt, ohne sie entsprechend zu kontrollieren und dass die Gefahr gegeben ist, nach der Einschätzung des Auswärtigen Amts selber, dass Islamisten auf diese Weise nach Deutschland kommen. Also handwerkliche Fehler, die auf das grüne Konto gehen, auf die beiden Spitzenleute Robert Habeck und Annalena Baerbock. Es ist aber auch vor allen Dingen die moralische Aufladung von Politik. Wer anständig sein will, das ist die grüne Botschaft, der muss einfach Migration gut finden. Probleme, die dann auftauchen, wie die Asylkriminalität, die werden dann ausgeblendet. Genauso wird ausgeblendet die Desintegration, die stattgefunden hat etwa bei den Türken, die hier in Deutschland leben und die mehrheitlich für Erdogan votiert haben. Der Einzige, der das thematisiert, ist Cem Özdemir und es ist bemerkenswert ruhig gewesen. Kein anderer Grüner ist eingestiegen, schon gar keiner von Gewicht. Auch das ist eine Sache, die geht eigentlich nicht. Und dann ist es schließlich, und da kommen wir zu einem Problem, das noch zu einer großen gesellschaftlichen Debatte führen wird, ist es die Art und Weise, wie diese moralische Überlegenheit und diese moralische Überheblichkeit zelebriert werden soll. Etwa beim Selbstbestimmungsgesetz, das getrieben wird von der grünen Frauenministerin und dem FDP-Justizminister. Und was letztlich darauf hinausläuft, auf eine Abschaffung des biologischen Geschlechts. Das Geschlecht, das biologische Geschlecht wird ersetzt durch eine Geschlechteridentität. Das heißt also ausschlaggebend für die Frage, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist, soll sein Gefühl sein und soll die Frage sein, wie er sich selber, er oder sie, sich selber definiert. Und das ist eine grundstürzende Umwertung der Familienwerte, die wir in Deutschland haben. Und sie geht, deswegen protestieren immer mehr Frauenverbände dagegen. Und sie geht gegen etablierte Errungenschaften, Schutzräume für Frauen zu haben. Ob in Frauenhäusern, in der Sauna oder in Gefängnissen, wo zukünftig Transfrauen, also Frauen, die sich als Frauen oder Männer, die sich als Frauen definieren, biologische Männer, die sich als Frauen definieren, in Schutzräume, die bisher Frauen vorbehalten waren, vordringen können. Beispiele gibt es dafür schon und sie sind ehrlich gesagt schwer auszuhalten. Diese Debatte wird jetzt erst noch kommen und mit Sicherheit wird es weiter Wasser auf die Mühlen der AfD gießen.